Gerade jene Haushalte, die wirklich jeden Cent dreimal umdrehen müssen und die sich schon in normalen Zeiten vor ihrer Energienachzahlung im Frühling gefürchtet haben, die müssen jetzt immer hoffen und beten, dass eh wieder die nächste Einmalzahlung kommt. Weil wissen tun sie es nicht. Und jeder Mensch braucht Sicherheit und jemand in Armut genauso wie jemand, dem es ein bisschen besser geht im Leben. Das ist das Erste. Das könnte man einfach lösen, indem man sagen, wir heben unsere Sozialleistungen über die Armutsgrenze. Das ist überfällig, wirklich überfällig. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Das Zweite, was man hier sagen muss, ist, wenn wir quasi nur Geld und Transferleistungen rausschicken, haben wir ein Problem auch mit der Frage der Inflation. Also wir helfen den Leuten, ihre hohen Rechnungen zu zahlen, aber wir ändern nichts an den hohen Rechnungen. Das treibt also die Inflation durchaus auch mit an. Da wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir brauchen nicht nur eine Strompreisbremse, wir brauchen längst auch eine Gaspreisbremse. Weil die Heizrechnungen im Winter, da werden sich die Leute anschauen. Das wird sich auch entsprechend weiterentwickeln in den nächsten Wochen und Monaten. Da müsste man schon längst daran arbeiten, hier klar zu sagen, Energiepreise generell, da muss der Staat eingreifen. Die Körn gedeckelt. Wir können die Leute mit diesen hohen Heizrechnungen nicht allein lassen. Die Dramat-G Cheese Die Dramat-Giser Untertitelung des ZDF, 2020